Das muss der gleiche sein. Ah! Da oben ist noch was. Oh, das hilft auch nicht, scheiße. Wieso nicht? Nee, das ist schräg, der fällt da nicht gerade raus. Oh. Weißt du, der fällt von mir weg. Ähm... Warte mal, und wenn ich den da hinset... Nee, das macht ja jetzt noch weniger Sinn. Ah, nee. Obwohl wir könnten ihn umsetzen, dann fällt er nicht mehr schräg weg, sondern rollt hier hin. Weißt du, das, ähm... Oh Gott, das übersteigt meinen Horizont. Ja, warte, mein nicht. Nee, den brauche ich. So, und dann fällt das hier hin, fällt da rein, kommt da oben raus und dann muss ich in der Zeit schnell das Portal umsetzen, und zwar hier hin. Wohin? Setz mal dein Portal so wie eben, dass der da oben schräg rausgeht. Ja, ja, hab ich. Okay, pass auf, ich stelle da schräg raus. Ja, genau, und dann musst du das genau, damit er runterrollt. Okay. Aber das Richtige. Ja, ja, ja. Schauf. Und der rollt so gerade runter? Hä? Auffang. Nein, nimm. Nimm, nimm, da rechts von dir. Hinter dir, hinter dir. Dreh dich um, dreh dich um. Nein, das wird gerollt. Jetzt füllt er. Guck mal, jetzt liegt er da. Jetzt liegt er nach. So ein Scheiß. Guck mal da. Ja, ich sehe ihn doch. Ich versuche ihn doch gerade zu nehmen. Nein, komm nochmal. Scheiße. Das war so knapp und ich muss gar nichts machen. Ist ja lustig. Okay, ja, ich muss alles machen. Toll. Okay, zack. Und dann zack. Und dann. Hä? Dreh dich um. Wah. Ah. Ah. Meins. Okay. Touchdown. Jetzt durch die Wand. Ähm. Da nach oben. Genau. Dann bin ich gut. Okay, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Es sieht immer so nach, voll nach, sieht voll nach Gummizelle aus immer hier. Was ist das? Du musst zum anderen Schalter. Ja, ja. Drei, zwei, eins. Ach. Okay, ich habe hier Plattform. Ja, zwei. Nein, eins. Ich richte, das hilft nicht. Hui. Cool. Okay, das hat Spaß gemacht. Und jetzt? Keine Ahnung, was ist hier? Was können wir hier machen? Ähm. Oh, hier kann man auch noch eine Wand setzen. Da hätte man einfach hinlaufen können, voll überflüssig. Ach, pff. Hallo? Gehst du auch immer zu Fuß, wenn du eigentlich den Bus nehmen könntest? Ach, guck an. Moment, wo ist denn überhaupt der Ausgang? Wie wäre es, wenn wir überlegen... Hallo, hier hinten. Juhu. Äh. Was hast du gemacht? Na, ich... Hm. So, dahin. Was hast du mit meiner Wand gemacht? Na gut, hier passiert aber auch nichts. Hier kommt man irgendwo her. Das ist... Ich habe gerade versucht, das Rätsel zu lösen. Da, bitte sehr. Da. Was? Vielleicht hilft das. Nein. Ach, jetzt lass mich das... So, jetzt lass mich das nochmal machen. Also. Ähm. Naja, das gibt es natürlich auch. Jetzt lass mich doch mal kurz überlegen. Okay, dann bitte. Du hast ja schon das letzte Rätsel gelöst. Ja, siehst du? Ja. Hm. Wo müssen wir denn überhaupt... Da oben müssen wir hin. Wo oben? Ich sehe es immer noch nicht. Also, warte mal. Hier kann nichts hin. Das geht hier rüber. Okay, wir brauchen eigentlich... Also, wir müssen das so hinleiten, dass wir da oben auf diese Plattform kommen. Also, wahrscheinlich müssen wir den, äh, die Brücke zweimal umlenken. Auf diese Plattform, wo du gerade vorstehst. Ja. Ups. Äh. Na? Na was? Hm? Hm? So. Jetzt gehen wir hier mal lang und gucken, was da ist, oder wie? Äh, ich... Ja, geh du schon mal vor, ich, ähm... Geht nicht. Warte, vielleicht, weil du der kleinere Brücke bist. So. Ja. Sorry. So kann man auch die Konkurrenz ausschalten. So. Also. Ah, warte, warte mal. Ach, hier sind zwei Rohre im Weg. Von da kann ich das auch nochmal umsetzen. Wir können das doppelt machen. Guck mal. Dann mal los. So von mir aus. Ob das hilft, weiß ich nicht. Ja, aber was soll das denn bringen? Ja, keine Ahnung. Ich wollte damit nur demonstrieren, dass wir es verdoppeln können. Ja, supi. Geht ja auch so. Ja, toll. Ja, ich muss aber hier jetzt irgendwie rüber oder so. Ja, du musst da rüber, genau. Ich komm hier nicht rüber. Nee. Das hab ich eben versucht. Da hast du mir gesagt, ich bin zu klein. Ja, ich dachte vielleicht, weil ich der Größere bin, dass das ein bisschen besser hinkommt. Hm. Warte mal. Hm. Warte mal. Es ist jetzt höher, ich komm gar nicht mehr rauf. Schaffst du das jetzt? Ja, ich hab's eben schon die ganze Zeit versucht. Und ich kam auch nicht rauf, du Nuss. Ich bin keine Nuss. Aber man kommt hier nicht rüber. Kann man sich ducken? Oh. Was? Ja, das war jetzt irgendwie naheliegend. Oh ja. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass man sich ducken kann. Aber das bringt ja nichts, weißt du? Davon haben wir ja jetzt nix. Hallo. Doch, hier, hallo, hier oben. Ja gut, aber vielleicht kann... Und was soll ich jetzt tun? Dafür sorgen, dass ich da nach unten komme? Warte mal. Wenn ich hier so einfach so hochspazieren kann. Guck mal, das ist auch noch eine Plattform. Aber das hilft nicht. Doch, eigentlich hilft das schon. Ach so, ja, natürlich. Setz mal da dein Portal hin, genau. So. Ähm. Das ist da oben. Jetzt kannst du rausgeflogen kommen. Du kannst dich rausschleudern lassen. Wo denn? Na, unten über die Plattform 1 und 2. Dann gewinnst du an Höhe. Aber dann fällst du auch runter. Hä? Wo soll ich mich denn hinschleudern lassen? Denn ich meine, dann bist du in diesem ewigen Kreislauf und fliegst hoch und runter. Und dann kannst du dich durch den Schwung aus einer Schräge rauskatapultieren lassen. Oh Gott. Moment, bleib einfach da. Bleib ganz ruhig. Ähm. Also eine Schräge gegenüber von diesem Ding hier, ne? Moment, wenn ich jetzt ein Portal umsetze, dann fällst du runter. Genau. Ich stelle mich einfach hier über diese Plattform. Ich stehe jetzt über das 2. Wo ist die Quelle der Lichtbrücke? Naja, hier unten, direkt unter mir. Ach da, bei deinem roten. Ja, geradeaus. Genau. Weiter, 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 weiter. Und nächste Möglichkeit links. So, ich setze das jetzt um. Oh. Ähm. Ich setze das jetzt um hier. Und es dürfte eigentlich nichts passieren, okay? Warum? Das ist die Quelle. Wenn du die Quelle weg machst, ähm... Ja, aber du musst deine Portale umsetzen können. Ich ersetze die Quelle mit meinem Portal. Wir gucken mal. Oh, Tatsache. Stimmt, jetzt hast du, wo du recht hast. Jetzt hast du deine Portale frei und kannst die auf die 2 und auf die 1. Genau. Ja. Ja, aber dann... Ach so, jetzt verstehe ich. Pass auf. Jetzt setze ich meine Portale um und du bleibst schön in diesem Flugkreislauf drin. Okay. Und dann machst du dein Portal dahin, damit du ins Exit geflogen kommst. Ich fliege dann aber darüber hinweg, das weißt du. Nein, tust du nicht. Weißt du, was viel schlauer wäre? Nein, das ist schon schlau. Wenn ich mein Portal dahin setze. Ja, und jetzt setzt du dein Rotes dahin. Das Rote... Nein, guck, ich fall hier unten rein und das Rote sitzt da hinten. Ach so, das Exit ist doch in der Mitte, Mensch. Ja, aber ich meine, da muss ich doch nicht erst hier zwischen den beiden hin und her fliegen, wenn ich doch jetzt direkt daraus komme. Ja, das ist schon richtig, ja. Also bitte. Bist du? Weeeeee! Ah! Das war scheiße! Shit! Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ei, warte mal. Okay. Du musst dein Portal hier oben hinsetzen, damit ich abgehalten werde und dann da runterfalle. Ja, genau. Wupp, wupp, wupp. Ja, warte ich. Also jetzt erst mal wieder da hoch. Wie ging das jetzt? Also ich jetzt als erstes, ich mach mir... Nein, 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 das mach ich. Nein, ich? Du brauchst deine Portale. Nein, ich. Was war das denn? Das war die Humi, wie sie niest. Das war doch nicht dein Ernst. Das war doch eine Verarsche. Ich niese so, was ist dein Problem? Ach, lass mich. So, jetzt setzt dein Portal nochmal um, damit ich hier raufkomme. Wie ein Eichhörnchen oder wie eine Maus. So geil. Ach, lass mich. Ach, schu. So, und jetzt? Wie war das noch? Finde ich schön. Ach nee, jetzt musst du dein Portal auf eine Schräge setzen. Nein, nein, du gehst... Du musst dich ducken. Ja, aber wo muss ich mein Portal nochmal hinsetzen? Na, da drüben. Und dann da. Genau. Wie das aussieht, dieses Krabbeln. Total langsam und stealthig. Ich bin jetzt ein Stealth-Roboter. Äh. So. So. Warte. Jetzt platziere ich meins nochmal da. Und ich platziere jetzt meins da. Und dann da. Ah, und du weißt, wo du da nichts hinsetzen musst, ne? Und ich werde... Jawohl, du platzierst dich jetzt über deinem Portal. Ich bin platziert. Und fällst gleich runter. Okay. Hört. Ja, nee. Shit. Aber das... Der Winkel stimmt nicht. Das war aber schon richtig eigentlich. Die Idee, ja. Der Rest nicht so. Ich glaube, du musst dein Portal auf die andere Schräge setzen. Ja, vielleicht ist es doch nicht in der Mitte. Das könnte auch sein. Aber es sieht mittig aus. Doch, es ist auch in der Mitte. Aber man... Der Schwung reicht halt einfach, um hier ganz rüber zu fliegen. Äh. Soll ich dir mal was sagen? Wir können doch von Anfang an so machen. Warum gehen wir denn in die dämliche Schräge rein? Geh doch von hier durch. So was Doofes. Ja. Ja, jetzt wo du saßt. Wir machen sie doppelt kompliziert. Warte mal. Hier hinten ist, glaube ich, noch eine Wand. Ist gerade irgendein Portal von mir wichtig? Nee, ne? Nein. Nee, das ist keine Wand. Okay. Ähm. Mach einfach mal... Das sieht mittig aus, ne? Aber probier einfach mal die andere Seite. Es ist auch mittig, aber der Schwung reicht einfach. So. Ja, was heißt denn, der Schwung reicht? Ja, Mann. Der Schwung ist groß genug, dass man da komplett rüberfliegt. Na gut, mach mal. Ja, aber dann wird es ja keinen Unterschied machen. Wir sind gespannt. Es ist... Ich war noch nicht fertig. Was ist? Ja, ich habe gerade geguckt. Es ist doch nicht mittig. Ach, nicht? Nein. Aber so sieht das aus. Nein, es ist nicht mittig. Der Abstand links ist viel größer als rechts. Aber guck dir mal... Stell dich mal direkt vor das Exit. Guck dir das an. Und dann das. Das ist doch identisch. Ach, komm, wir probieren das jetzt. Aber wenn du von dem abprallst, dann fällst du gerade runter. Was hast du jetzt gemacht? Du bist doch kein Flummi. So, da. Danke. Also, jetzt versuchen wir das nochmal. Ich glaube nicht, dass das was wird. Sehr ruhig. So, und jetzt kannst du die Brücke umpassen. Okay, gut. Kannst du bitte nochmal hier dein... Nee, kannst du mir... Nee, mach nichts. Nein, ich muss hier jetzt rüberlaufen. Warte. Vielleicht muss man doch hier zwischen eins und zwei hin und her fliegen und dann sieht man irgendwas. Warte mal. Vielleicht bringt es was. Was machst du denn? Gucken. Kannst du von da... Kannst du nicht, wa? Springen von da? Nee. Nein. Probier's gar nicht. Sieht jetzt eher ungesund aus. Oh, warte mal. Das funktioniert aber von der anderen Seite, glaube ich. Nein, das ist in der Mitte. Nein, guck doch. Der Abstand rechts bei der Brücke ist kürzer als links bei der... Nein, der ist nur im Schatten. Das sieht genauso aus. Egal, setzt dein Portal um. Das ist doch nur der Schatten. Das macht keinen Unterschied. Lass mich doch trotzdem mal gucken. Aber, aber, aber. Lass mich doch meine eigenen Fehler machen. Also, ich bin der Meinung, ich bin näher dran. Kannst du dich denn... Vielleicht kannst du dich ja an dem, an dem Träger dran vorbeiquetschen. Die Brücke geht rechts und links dran vorbei. Äh, ja. Guck mal bitte jetzt auf meine Ansicht. Ja, ja. Ich bin schon die ganze Zeit. Vielleicht... Ja, ähm... Meinst du dich? Bauch einziehen und... Ne. Willst du mir sagen, ich bin fett? Ich bin... Nein, du bist nicht 10 cm breit. Äh, äh, ist denn da bei der Lampe? Nee. Kann man auch nichts machen. Da ist nichts. Ähm, wie wär's denn? Gehen wir jetzt nochmal durch. Also... Was? Oh. Ach, also, was machst du denn? Okay, leider... Lass mich doch die Vordale jetzt... Könntest du denn von da auf diesen Träger springen? Auf den Träger? Ach nee, der ist zu hoch. Auf diesen hier? Ja. Der ist viel zu hoch. Ist denn hinter dir irgendwas? Hm. Ja, ein nerviger kleiner Roboter. Gut, dann sag ich jetzt nichts mehr. Ah! Ach, das ist ja gerade aber gut gegangen. Hm. Und senkrecht die Wand hochlaufen kann ich auch nicht, ne? Äh. Könnte man mal testen eigentlich. Äh, nein. Da ja fast. Hii. Ja. Ja, schade. Naja, im Prinzip geschafft, ja. Äh. Irgendwas, ich sag mal, vielleicht ist hier unten noch irgendwo, ne. Auch nix. Wiii. 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 Och Mann. Ähm. Hier muss irgendwo noch was sein. Ich frag mich die ganze Zeit, was mit diesem da ist. Das sieht auch die ganze Zeit so aus. Das ist halt nur halb so hoch wie ein Portal. Das ist, das hab ich schon in anderen Webs gesehen. Das ist irgendwie nicht so nett. Mann, das ist assig. Hm. Okay, also wir haben, wir haben diese Fläche, wir haben diese Fläche, wir haben diese Fläche und das Ganze nochmal gespiegelt. Ja. Und da oben noch eine. Aber nur auf der Seite. Also diese, die ist nicht gespiegelt. Die da. Na gut, das ist aber vielleicht so einfach, dass man den nicht verdoppeln kann, die Brücke. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist damit, äh, damit, äh, damit man da oben lang gehen kann. Und zwar so. Ja, natürlich. Ja, das haben wir ja schon die ganze Zeit getan. Okay, gut. Aber dann müssen wir jetzt von hier aus... Jetzt komm ich mit. So. Hm. Jetzt guck ich mir das mal selber an. Hier. Jetzt schon. Gut. Was ist denn das da? Da ist doch auch was Helles. Ja, aber das ist kein Portal Dingens. Hm. Hm. Sicher? Ja. Wie du siehst. Da geht auch nicht. An der Decke ist auch... Oder? Was ist da? Wo denn? Das sieht... Ach nee, das ist ein Licht. Nur ein Licht. Was ist das da? Ähm. Wo? Du musst hierher kommen. Du bist hinter der Wand. Du siehst nichts. Ja, ja, genau. Ich sehe nichts. Was denn das da? Weiter, weiter, da. Das ist eine... Ist die Halterung von dem Kran hier. Von der Kranbahn. Das ist nichts. Ach so, schade. Hm. Das ist zu... Hm. Ich glaube, weißt du, vielleicht sind wir einfach... Eigentlich sind wir nur zu hoch. Wenn wir ein bisschen weiter runter kämen, dann würden wir nicht so hoch fliegen. Hä? Warum sollen wir denn nicht hoch fliegen? Was ist denn das Problem? Guck mal, wenn wir da rausgeschleudert kommen, dann fliegen wir da rüber. Das heißt, wir dürfen nicht aus so großer Höhe fliegen, damit wir nicht so weit springen. Hm. Wir müssen einen niedrigeren Sprung machen. Oh, ich habe eine Idee. Wir springen da einfach manuell rein. Ohne... Oh shit. Ohne... Ohne von da oben aus, weißt du? Nein, das ist doch Käse. Doch, ich glaube das. Doch, doch, ich glaube das. Okay, warte. Dann bitte, ich mache hier was anderes. Aber ich brauche die Brücke dafür doch. Ja, ja, nimm die Brücke weg. Ich versuche jetzt mal was, was ich die ganze Zeit schon versuchen will. So. Hui. Hui. Ja, und du? Du bist glorreich gelandet. Herzlichen Glückwunsch. Bringt wohl nix, ja. Macht wohl keinen Unterschied. Ich dachte so von wegen Luftwiderstand und so müsste das eigentlich immer weniger werden. Luftwiderstand, also übertreibt man nicht. Wir sind ja nicht im Weltraum hier. Hier ist doch Reibung und so. Ne? Mit Anlauf. Oh. Was? Na, da musst du aber noch üben. Ja, ich bin überfragt. Hast du noch eine Idee? Also es gibt noch ein Spielelement, was wir noch nicht entdeckt haben. Und das würde uns genau in dem Setup, was du gemacht hast, helfen. Aber das haben wir hier nicht. Aber das Spielelement gibt's noch nicht. Nein, das ist, das haben wir noch nicht gefunden. Kann ich hier auf das Geländer? Ne. Ich glaube, ne. Hm. Ja, also ich bin überfragt. Und du? Ja, ne Ahnung. Mir fällt dazu auch nix ein. Ja. Ja, also ich bin überfragt.